Hallo und herzlich willkommen zu TTT, oder auch wie Luna gesagt hat, Rotzfahren TTT. Ja, weil wir alle erkältet sind. Ich kann da nicht drauf. Es geht immer noch. Komm da nicht drauf. Ich komm da nicht drauf. Warum nicht? Steuerung. Ein bisschen zurück. Ah. Äh, was war das eben für ein Geräusch? Ah! Da ist einer gestorben. Ja, aber warum? Was ist passiert? Du bist in einer radioaktiven Zone. Radioaktive Zone? Ja, da bist du auch, da ist, äh, Sarah gerade auch drin. Hallo. Weil das erstes Unpfiff für einen Traitor wäre. Aha. Also, Unpfiff für mich. Ich hab grad geguckt, ob hier irgendwas drin ist. Hey, gehst du mal bitte weg? Ähm, wer lädt irgendwo vor? Ich. Ähm. Ich. Ich. Tizia? Ja. Okay, die lädt auch noch. Ich bin einfach nur gerutscht, weil ich das mal ausprobieren wollte. In der nächsten Runde können wir dann auch. Weitertester. Sarah und ich sind auch gerutscht. Ich bin auch innocent, also du kannst nur noch, jetzt kannst du auch nur noch Sarah sein. Hast du denn auch Appli gemacht? Ja, hab ich gemacht. Hi. Vielleicht liegt es bei dir auf einer anderen Kaste. Wer hat hier einen Huhn gelegt? Ein Huhn? Ja, nee. Ich kann's nicht gewesen sein. Ich war bei Sarah. Ich auch nicht. Ja. Da hinten läuft jemand. Das war ich gerade, weil ich das Huhn gesehen habe. Und wo ist das Huhn? Wie sieht denn das überhaupt aus? Wie ein Huhn? Das ist da hinten, äh, genau da, wo ihr jetzt gerade hinläuft. Das ist das Huhn. Doch, du! Hä? Da wurde jemand kalbt. Ich hab gerade, äh, Andrea erforscht, weil die aus der Richtung kam. Aber dann bist doch du Traitor. Ich? Ja. Entloved. Ich bin's aber nicht. Dann stopp, hopp, 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 hopp. Achtung, 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 ich bin's. Ich bin's. Tizia. Tizia, ich bin's. Das heißt also, einer von euch beiden muss da sein. Ja, oder du. Und du willst nur von dir ablenken. Nein, ich bin's tatsächlich nicht. Das sagst du so. Ich bin's auch tatsächlich nicht. Wer hoppst da hinten rum, weil ich verfolge gerade jemanden. Los, geh. Häh! Felix, was ist das? Ich sehe mich in dieser... Scheiße. Oh, ich sollte nicht lachen, das tut weh. Du bist von da, hallo. Was wollen sie denn? Ich schaue den Kopf, könntest du gerne haben. Es wird das Zimmer. Ach komm, ich breche jetzt einfach in ihr Büro. Komm, du darfst nicht ruf. Inkompetent. Ich glaub, das hier war ein Traitorfall, damit bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Wer schießt denn hier eigentlich? Ah! Äh, äh. Äh, junger ist. Nein! Nein, scheiße! Warum bin ich jetzt tot? Weil ich auf dich drauf gefallen bin! Dass wir nur noch rumgegiggelt haben und haben schwarzernetzt. Ja. Ich hab gesagt, ich bring dich um. Mhm. Nicht dich, ich mein hier. Wollte nur mal ausprobieren, bitte. Okay. Der war ein Idiot. Warum machst du das? Ich weiß schon, wer der Traitor ist. Ich weiß schon, wer der Traitor ist. Auf jeden Fall bin ich's nicht. Luna ist der Traitor. Nein, ich bin's nicht. Ich rede nur nicht so viel, weil ich hab meine Weisheitszähne gezogen bekommen. Sie hat hier einen Hahn hingestimmt. Hä? Also wenn du mich umbringst, verlierst du auch. Sie hat hier ein Hühnchen hingestimmt. Das war ich nicht. Ich hab's genau gehört. Da. Hey! Hey! Nein! Nein! Ich danke dir! Das sieht so geil aus, gerade. Ja, ich komm hier nicht durch. Hier ist irgendwie... Ach, fuck. Äh. Lol. Lol! Lol! Ich hab' ein Weis-Vorgel für TTT, das heißt Tizia. Was? Wie kannst du die Tanzkern überleben? Tja, das weiß ich auch nicht so genau. Lack. Alles Lack. neveraat? O fürgod. Ring-B-G-B-B-B-B-B-B-B-B-B Ring-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B iju-ju-j Au. Ach. Ich darf doch nicht lachen. Wenn ich lache, dann abstrafe ich mich immer sel-ber. Du weißt schon, was ich benutzt hab, ne? Hey, Ranga? Ja? Guck mal, hinter dich. Ey, Dunga, hinter dir! Hi! Du bist... Ähm. Da hat jemand auf mich gefossen, ich bin aber so zurückgebackt, dass er mich nicht getroffen hat und... Also, ich war's nicht. Ich hab auf die Straße geschossen. Was ist das hier? Ich bin hier in der Hand. Ähm. Geh weg. Meine Ecke. Geh, das ist meine Ecke. Geh, ah, tief, hier! Loll, was? Ha, Tietz, hast du immer auf mich gefossen? Ja. Warum? Das war die Rache, ich hab dir gesagt, ich erschieße dich. Ich war Traitor. Ja, und? Was, war's auch Traitor? Nö. Felix ist es. Hä, bin ich gar nicht. Doch. Felix ist der Traitor. Ja, Felix ist es. Sucht ihn und tötet ihn. Ich glaub, der ist hier ins Haus rein. Oh. Was? Wie kommt denn darauf, dass ich Traitor bin? Ich... Ich... Was hab ich denn gemacht? Der wollte mich erschlagen. Der ist mit... 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 Links auf mich losgegangen. Der war... Das wusste ich dann nicht, dass er nicht der Traitor ist. Er wollte mich erschlagen. Und dann hab ich Angst und dann hab ich getrunken. Oh Gott, Hilfe! Oh, ich glaub, ich weiß, wer der Traitor ist. Oh mein Gott, Hilfe! Felix! Hä? Ich hab nix gemacht. Ja, du wirst der Einzige gehen, der das machen könnte. Scheiße. Ja, du wirst der Einzige gehen, der hat den Spot. Vielen Dank.